Ah hier, komm mal direkt das nächste. Coin-Concept. Coin-Base. Das ist Tommy. Ah, Baby-Monter. Warum kein Dark Mode, Digga? Fumble ist oder was? Lösch dich. A plus top. Über die Spiele habe ich gestern auch mit dem Mann von meiner Freundin gehilft. Was? Ich bin letztens bewusst geworden, Monte zum Beispiel mit drei Millionen Abonnenten auf Instagram. Es gibt 82 Millionen Deutsche. Das heißt, jeder siebte oder so kennt Monte oder folgt Monte. Jeder siebte Mensch. Nein? Hab ich mich verrechnet? Wir fangen erstmal so mit einer kleinen Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Was ist das für ein wildes Streamformat? Was macht der da? Sex? Habt ihr schon mal Arschloch geleckt? Ja, hab ich. Oh, Dehner. Dehner in der Streaming-Compilation. Das ist was ganz Neues. Was soll das? Da kommt Abitur jetzt nicht richtig krass da runter. Fahren kann man es nicht, aber vielleicht im Sitze. Wenn man auf den Rollen brennt, ist es ja sehr entspannt. Was? Dehner auf den... Oh fuck, ja. Oh nein. Oh nein. We have to be slowly. Yeah, I didn't see that coming. Beste, Alter. Guck mal. Dadurch fängt das auch richtig an. Wie viel? Wie viel? Wie viel? 1 Hentai-Pussy. A gay love story about gay love. Sex with hentai girl, hentai myth quiz. Also, Dinger, was? Der hat ne komplette SSD nur voller Hentai. Hentai und Gay Games. Oh Mann, Bro, ich brauch das auch. Sag mir eine Frau, die in Deutschland wohnt, blond ist, brüstert und nicht abonniert von Inscope Nico ist. Das ist echt sehr richtig. Nein, 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 nein. Sag mir eine Frau, die in Deutschland wohnt und Instagram hat, über 16 ist und noch nicht von Inscope geliked worden oder angeschrieben worden ist. Gibt's nicht. Und ihr wundert euch, warum Inscope, wenn keine Chick in seinem Stream sitzt, nicht mal die 10k Viewer Average hittet. Oh. Moment. Digga, bei mir ist das ganz genau das gleiche. Ich hab auch sonst so 7000 oder 6000. What the fuck ist genau das gleiche bei mir. Was für ne Scheiße. Ich muss, ähm, ich brauch, ich brauch ne äh, äh, Frau. Hannah, sie... Mit ihr? Mit ihr... Mit ihr strebe ich bald auch vielleicht mal. Hallo? Jo, moin mein Bester. Schirm mal noch ganz, ganz kurz 5 Sekunden. Ich hab mir noch was zu klären. Passt das? Hallo? Auch das passt, Mann! Moin, Rewi. Ich seh doch nicht aus wie Rewi. Ich bin doch nicht blond und dumm. Bro, du bist aber dafür braunhaarig und hässlich. What the fuck? Wie unverschämt. Habe ich echt was zwischen den Zähnen, Bruder? Ist ja wieder ein Prank. Das hab ich vorhin gegessen. Da will ich jetzt wirklich keine Scheiße im Chat sehen. Vorhin gab's Kartoffelsuppe von Mama mit nem leckeren Brötchen. Eigenen Brüder gegessen. Da! Bei Kartoffelsuppe ist mir alles andere Schnuppe. Ein sehr heißes Objekt in unserem Universum. Ja und was ist der Mond? Ein sehr kaltes Objekt in unserem Universum. Weil Mond ist ja kalt. Weil nachts ist ja kalt. Junge, ich schwör, ich miet mir ne Schule. Ich miet mir ne Schule, Chat. Ich miet mir ne Schule. Ich mach den Lehrer. Fünf Streamer. Danny. Trimax. Kevin. Antonia. Und noch irgendwer der dumm ist. Also ne. Und dann. Bin ich der Lehrer. Und ich bring dir was bei. Und am Ende. Fabo. Und am Ende wird ne Klassenarbeit geschrieben. Und jeder. Der nicht. Die Klassenarbeit gut schreibt. Der wird verprügelt. Ich ess nämlich jetzt mal Frühstück. So let's Hugo. Äh, hungriger Hugo. Let's Hugo Cloak. Arschloch. Ähm, jetzt reicht's mir. Das ist uncool. Das muss nicht sein. Hat geklappt. Hat geklappt. Wie geil. Digga wirklich. Der muss. Entweder nimmt der zu viel. Oder zu wenig von irgendwas. Ich hab nen Crush auf Papa Platte. Ja. Aber ich hab nen Crush für Leute, die ein cooles Overlay haben. Nachdem es mit Papa Platte a.k.a. Kevin nicht geklappt hat. Kommt jetzt der nächste Kevin. Ich find das orange. Das ist ein sehr, sehr patischer Typ. Oh, du. Hier. Hier sehen wir den neuen Fangen. Ich hab gestern bei ihm seinen Stream kaputt gemacht. So ein Wichser. Ich saß in meinem alten Peugeot, den Anna liebevoll Schimmel getauft hatte. Klammerte. Klammerte. Schimmel? Wieso denn Schimmel? Ist doch Gammel. Ich hatte mich an mein Lenkrad und zog an meiner Zigarette. Oh. Oh. Mit Antonia will ich in Hot Top Stream machen. Sie hat jetzt nen Whirlpool. Da gehen wir zusammen in den Whirlpool und ich zieh nen Bikini an. Ich find das Bild halt gut, weil halt 30% von seinem Gesicht verdeckt werden. Das ist ein bisschen schadensbegrenzend. Au. Oh ne, ey. Ach komm, scheiße. Das war's mit dem Mausplatz. Da scheiß drauf. Immer nur warten. Aber so ist das Leben. Da kommt er endlich. Über... Micky ist einfach auf Entzug. Micky ist auf Entzug. Der braucht... Der Mann. Die Gangway. Ich kann dir geben, Bro. Ich kann dir geben. Der stinkt wahrscheinlich nicht genauso wie dein Mikrofon, aber größenmäßig passt. ...gelangt der Lutze am Deck. Auch die Schlepper sind... Aber nicht reinpusten, bitte. ... alles klar zum Ablegen. Das läuft in allen Häfen nach den gleichen Regeln ab. Der Lotse, die... Brauch's nicht riechen, der stinkt nicht. Die Schlepper... Danny, dank 4 Euro. Kannst du Danny einen Kuss geben? Den Job kann ja jemand... Hey, nur danke für 4 Euro, Digga. Meinte Human Benchmark. Irgendwie gönnt ihr die 4,20 Euro plus. Komm, das... Das hören wir uns hier... Das... Das hören wir uns hier einmal an. Ich sag euch, das neue Lied von P... Ey, das ist relativ neu. Das feier ich echt hart. Ey... Sports... Energie... Hat der ein Video dazu überhaupt? Mal gucken, vielleicht hat der ein Video dazu. Boah, ich dachte das wäre neu. Vor 3 Jahren? Und das ist nicht neu? Vor 4 Jahren... So, ey Digga... Ne, der kleine Hund. Jetzt kann ich Gas geben. Hä, ich bin ja nicht neu. Oha, Pain! Ich bin der Erster. Nice. Höh? Ach Digga, komm. Ich steck so viele Dinge in meinen Arsch. Hört man das? Geiles Produkt.